Wo bist du denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich steh auf der Straße, on the street, ein bisschen real-kippen alles, denk ich mir immer. Ich merk schon, ach, da bist du, ah. Ich bin ja auf dem Panzer, ich bin ja an der Seite, on the street, on the real, on the shizzle, from the shizzle to the missile, from the hazle to the rival, und da hinten sind unsere Gegner. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Runde GTA Online mit Dehner, den wir heute einmal in Form des wunderbaren Spielmodus der Soldat James Riott, ein bisschen das Fliegen und Panzerfahren beibringen wollen. Bist du dabei? Sehr gerne, Herr Bergmann, ich bin höchst erfreut, dass in der heutigen Folge GTA Online ich etwas Neues lernen kann von Ihnen. Genau, ich kann es dir einmal kurz zeigen hier, du siehst hier zwei Düsenjets, genau, und ein fetter Helikopter, drei Panzer, und im Endeffekt heißt es jetzt einfach nur bekriegen, man startet relativ nah aneinander, ist halt Team Deathmatch, ne? Das ist eine von diesen neuen Custom-Missionen, also die, die so von Spielern für Spieler erstellt werden, ist das richtig? Genau, und dann werden die nämlich von Rockstar, wenn sie gut sind, verifiziert und dann landen die halt hier im Spiel, das heißt, diese Map hier wurde von keinem Rockstar-Mitarbeiter erstellt, sondern von einem begnalten GTA 5-Fan, das heißt, auch ihr könnt rein theoretisch Maps erstellen und die Rockstar einreichen. So, du kriegst nur ab und an mal die bösen Spiele angezeigt, desto näher du dran bist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen angezeigt bekommst. Bist du ein Jet? Ja. Ja, okay. Hast du schon einen auf dem Schirm? Ja, das Panzer. Dann gib ihn. Nein! Du begegst erst mal selbst um, ja? Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Nein, hast du recht. Am besten einfach immer die Nase oben halten, ist so mein persönlicher Tipp. Mach ich jetzt. Alles gut? Mach ich jetzt. Achso, okay. Ich hab meine Nase nach oben gehalten. Ah. So, ey, da kann man sich ja eine Minigun holen oder so. Wow! Genau, das ist auch ganz cool. Du kannst hier im Endeffekt schon alle Waffen auswählen, die es normalerweise nur bei einem hohen Level gibt. Das ist ganz cool. Wäre schon nochmal online mit einer Minigun-Schutzgruppe. Ich hab eine Haftbamme, 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 Haftbamme rangeworfen. Und? Ha? Ich hab eine Haftbamme rangeworfen, das reicht nicht. Wir sehen, wie verdächtig ruhig überall. Ah! Ah! Steh auf, steh auf, steh auf! Ah! Oh, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Uiuiui! Panzer! Oh mein verdammter Gott! Sind die alle bei uns in der Basis? Oh nein! Oh nein! Guck mal, als letztes Mal hat das Klinische Team nämlich einen Punkt. Also entweder 10 Minuten oder wer als erstes 25 Kills gemacht hat. Hätte ich mal vielleicht ein bisschen... Ja, ich war alleine in der Basis und die räumen ja... Uiuiui! Ja, damit konnte keiner rechnen. Holy shit! Holy, 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 holy. Verhalt mal die Stellung, ja? Ja, ich versterb einfach hintereinander. Ich versterb die ganze Zeit hintereinander. Das ist nicht gut, dann versteck dich lieber. Ja, hör, ich bin gespawnt auf der offenen Straße und die haben auf mich geschossen. Dann war ich wieder tot. Papa Bergmann ist ja schon auf dem Weg. Herr Bergmann! Da ist er, da ist er! Oh Gott! Komm her, komm her, komm her. Der Erste ging rein. Der Erste hat ihn regelrecht überrascht. Oh Gott, da hinten kommen halt noch wieder Panzer. Und die Panzer tötern mich alle! Ah, jetzt bin ich aber auch im Panzer. Nein, er schießt auf mich so. Ich schaff's auch nicht mehr. Ich wär fast im scheiß Panzer gewesen. Jetzt haben wir schon drei Punkte. Wo ist denn der? Hab ich ihn gekriegt? Ich hab eine Niederlagenserie. Das macht vierfachen Schaden. Oh Gott, das ist ja... Was ist denn da los? Oh Mann, das reicht trotzdem nicht, weil ich gekollt werde! Ja, wo sind die denn immer? Ich seh die hier gar nicht. Würde dir unglaublich gerne helfen. Scheiße. Ist das so böse? Ja. Hab ihn gekriegt? Ja. Da ist doch wohl einer. Ja, rechts ist auch... Ja, tot! Bam, Alter! Hast du ihn gekriegt hier? Ja, klar. Oh mein Gott, aber den vielleicht nicht. Ach, das bist du. Den Panzer hier mit ich. Dein ist ein passender, gegnerischer Panzer. Ne, das ist auch wir. Oh, ich würd gern nochmal einen Jet haben. Ja, wir müssten nur ein bisschen Platz machen hier, damit das respawnen kann. Willst du Panzer fahren vielleicht? Ja, komm, dann steig ich mal aus. Panzer fahren. Und dann guck ich mal, ob ich mir hier irgendwas suchen kann. Vermutlich nicht, aber die werden ja eh gleich kommen. Ne, dass hier keine anderen Fahrzeuge gerade stehen. Ich nehm einfach den fetten Van hier. Und wisst ihr was, ey? Ich mach das einfach mal richtig tricky. Ja, ich hab nur eine Haftbombe. Was ist denn da los? Ja, ich hab die auch schon verballert. Machen wir die hier vorne mal dran. Ich mach ja halt so ein bisschen Platz. Das ist gut. Ah, es kommt... Nee, die Kopf ist auch kaputt. Ja, warte, 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 warte. Sicher, dass es neu spawnt? Ja, wir müssten halt nur weggehen von hier. Okay, dann lass weggehen. Ne, wer da vorne läuft, da läuft doch einer, oder? Weiß ich nicht. Da unten. Ja, dann musst du ihn töten. 100%ig. Oh, sorry. Dann kommen andere Panzer oder sind es... Da unten ist einer. Ich seh, er soll... Ah! Sogar sein Name ist angezeigt. Hier unten liegt der. Ich fahr da jetzt hin. Der lebt nicht mehr lange. Ey, vor allem, ich hab hier so eine Kill-Serie und meine Sicht ist dadurch mal richtig geschissen. Jawoll! Sauber, sauber, sauber. Ich komm auch nicht mehr raus. Ich hab mich jetzt, glaub ich, auch ein bisschen... Kann ich hier... Ich komm hier wirklich nicht mehr raus. Pass auf, jetzt mach ich folgendes, ich steig hier raus und ich hoffe... Oh, ich kann hier rückwärts einfach hochfahren. Ja, wie geil! Ich bin aber der Pro-Gamer-Spieler hier, sorry. Du kommst wieder nicht zurück, oder was? Das sieht gut aus, Dehner. Ah! Du steckst hier fest mit deinem gewaltigen Kanonenrohr. Ja, richtig. Ja, das ist groß. Schlag mal. Oh, da kommt einer. Oh, den kann ich schossen bekommen, weil er so dumm ist. Hast du geschossen? Nee, aber da oben sind welche, die ich killen möchte. Ha! Ja! Oh, nee! Ich kotze auf, hat mich doch weg... Weggepärzt. Ein böser, böser Junge. Ja, 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 oh, nein! Hier ist relativ übel, also hier ist nichts mehr. Ich glaub, der Düsenjet hier ist auch kaputt, ne? Ja, mein Panzer, den bekommt man nicht mehr raus. Das ist zu eng hier. Da kommt doch gerade einer auf dich zu. Pass auf, dass der dich jetzt gleich hier nicht... Ah! Wo ist er denn? Spasti! Komm, den kriegen wir doch. Zack! Ich bin in Deckung. Hui. Ah! Nein, ich hab ihn nicht gesehen, immer noch nicht. Aber wir führen 11.6, das ist alles gut. Das sind alles... Okay, wer sind das... Was sind das für Leute hier? Das sind verrückte Menschen. Es sind hier auch noch Bauarbeiter, die irgendwie anfangen zu streiken hier. Was sind das für Menschen, frage ich mich auch immer. So. Ich muss mich erstmal hier... Mich eindecken mit... Oh, nein! Oh, Gott, oh, Gott. Hier. Oh, nee, Kollege, was machst du denn? Hat der Kollege dich abgeschossen? Oh, ja. Boah, das ist nicht gut. Das ist gar nichts gut. Ey, jetzt bin ich aber... Jetzt stell mir gerade ein bisschen blöd an. Komm, jetzt den kriegst du noch. Komm. Och, nee, ist das so einer... Och, ich sag nicht, das ist so wieder so ein blöder Cheater hier. Wieso? Weil ich echt einiges auf ihn geballert habe. Also, ich hab ihm noch einiges an Schrot in ihn reingehört. Da seh ich einen! Ja, der links, ne? Ja, ich hab ihn. Also, einen hab ich. Nee, ich mein jetzt aber hier, ich kotze auf. Nee, also, einen hab ich. Der ist ganz, ganz... Den ich kotze auf, hab ich aber auch schon mal bekommen. Den hast du schon ein paar Mal gekillt, ja? Ja. Nicht ein paar Mal, also nicht so häufig, aber... Oh, komm schon! Ja, ich hab ihn auch! Ha, Playboy Tussi war's zumindest. Hier, starkes Spiel. Du bist der stärkste Spieler, Mann. Weißt Bescheid, ne? Wer, du? Bescheid, ja. Ja, ja. Ja, und du bist ja auch Herr Bergmann. Ja, das stimmt. Ey, nein! Och, komm! Du hast Bullenheit Testosteron eingesammelt. What the fuck? Das ist auch ganz cool, ja. Das kannst du durch... Hast du GTA 4 gespielt? Ja, irgendwie erinnert mich das auch an irgendwas. Ja, erinnerst du dich noch an diesen Brucie, diesen Bodybuilder? Ja, 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 ich weiß. Du kannst in GTA 5 4 anrufen und dann besorgt er dir das Volk. Und dann hast du so ein bisschen... Hä? Die gewisse Boni. Genau. Nein! Boah, ich bin runtergefallen. Das war echt auch... Ich wäre gerne nochmal Düsenjet gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre so gerne Millionär. Dann wäre mein Konto niemals länger. Och, wer war das nochmal? Hier, die Kü... Ähm... Ah! Ja! Immer schon auf den Kopf schießen. Ich habe... Ich kotz aufgekillt. Ich habe... Ich kotz aufgekillt. Uah! Irgendwas war da. Was meint ihr hier? Was war das denn? Ja! Kill-Serie. Ich brauche kein Bullenheit Testosteron. Ich kenne sie einfach so. mal die da gesponsed da hinten. Habe ich noch was anderes zum Werfen oder so? Ja, das ist weg in den Ziel. Mega nice. Mega nice, weil ich brauche das Geld. Für die Schulkantine, ne? Ist teurer geworden. Wie bitte? Für die Schulkantine. Ist teurer geworden. Jaja, es ist echt nervig. Immer wieder. Immer, immer, immer. Wir haben sogar zwei Zuschauer. Auch cool. So, Daumen hoch. Sehr cool. Willkommen zurück. Wir spielen immer noch GTA Online. Jetzt den Modus Capture the Flag. Und nachdem Rockstar uns bewiesen hat, dass mit den Serverproblemen doch noch nicht alles so rechtens zugeht, ja, hoffen wir, dass wir jetzt zumindest mal eine flüssige und ordentliche Runde gebacken bekommen. Was meinst du? Bist du guter Dinge? Ich war eigentlich guter Dinge, aber nach dem ganzen Absturz, also wir haben ja vor einer Dreiviertelstunde haben wir die letzte Mission gemacht, nachdem wir, ja kurz, machen wir einen kleinen Cut und starten schon mal die Mission, damit ihr nicht die ganzen Wartezeiten damit haben müsst. Und dann zack, Absturz hier, Absturz da, Timeout hier, dann da, dann der Xbox neu gestartet, plötzlich und ohne Grund und zack und bleah. Furchtbar. Ich habe auch schon solche Augenringe. Aufmerksame Zuschauer mit HD-Bildschirm werden es sehen. So, aber irgendwie sieht das anders aus hier. Egal. Ja, wir sind jetzt auf der, wir sind auf der anderen Seite. Wir haben die Mission nämlich gerade schon gestartet, aber es erbergt mir nach zwei, drei Minuten plötzlich hier weg gewesen. Ja. Jetzt sind wir auch leider nicht, wir hatten vorhin eine richtig coole mit so 14 Leuten, das war ganz cool. Jetzt sind wir leider ein bisschen weniger, aber sollen uns nicht daran hindern, dass Lena uns hier vermutlich die Karre wieder in Schutt und Asche fährt. Niemand fährt besser als ich. Weil wir müssen immer noch unsere hier Busse klauen und die zurückbringen und das andere Team hat einen anderen Standort und will auch die Busse klauen und ja. Hier rechts, rechts, mein Freund. Ich war jetzt über die Treppe. Ja, ich weiß noch nicht, warum diesem Typen da folgst, ey. Ich habe es hier auch extra markiert. Das ist doch ein bester Weg hier. Wee. Ich wollte eigentlich den Sprung mitnehmen. Das ist so ein bisschen Action, 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 from the reaction to the reaction to the action. So, vielleicht steigt man jetzt hier schon mal ein bisschen sicherheitshalber aus. Naja, wir nehmen den hintersten Bus. Okay. Boah, wieso fliegen die alle weg? Was ist da los von Firma her? Ja, dann nimm du den Bus und ich geh bergab, mein Freund. Alles klar. Okay. Ein Bus wurde von Lena ja auch eingesammelt. Kommt ihr mit eingestiegen oder nicht? Nee, nee, nee. Das ist ja blöd. Rückwärts raus, oder? Ja, nee. Fahr mal lieber hier eine große Runde. Das ist sicher. Hm... Okay. Da kommt mir schon die erste Spasti. Ja, guck mal, wir fahren schon drei Busse. Wir haben schon drei Busse. Drei Busse haben wir schon. Die müssen wir jetzt nur noch alle abgeben. Ach, das war gar kein... Ups, das war... Ups, sorry. Ja. Ja, alles gut. Ich geh mal gar noch woanders. Okay, dann... Ich kann den schon ganz alleine weg. Ich kann den schon ganz alleine... Ah, Vorsicht, da ist jemand... Oh nein, ich bin tot. Wo bist du denn gewesen? Ich bin aber... Ich bin ja nach Hause gefahren. Aber plötzlich habe ich mir irgendwie mal überfallen. Oder war ich denn tot? Wo ist denn bei dir? Ja, mir wurde eine Route angezeigt. Und dann bin ich dir einfach gefolgt. Wie kann man eigentlich diese Rolle zur Seite machen? Ja, du musst diesen Duke-Modus gehen. Du musst während du ziehst, glaube ich, zur Seite... Nee, ich weiß es nicht. Okay. Äh, ich glaube, die springen drücken oder sowas. Nicht in der Deckung? Ach, 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 ja, doch. Genau, springen, ja. Cool. Gut zu wissen. Okay, hier führst du noch nicht weiter, weil... Good to know, wie das Format on Ardi. Ja, genau, komm. Verzieh' mir doch nicht. Machst dir deine kleine Linierrolle, ey, und hast mich direkt getötet oder was. Cheater. Wah! Ohne Frage. Das können nur die Kräfte eines Cheaters. Der Bus ist leider kaputt gegangen. Ja, das ist... Die verzweifelte... Verzweifelte Plan B ist dann meistens der ist mir einfach die Busse nur noch kaputt, mal. So. Hä? Steig doch ein! Oh Mann, warum denn? Warum steig ich dir nicht ein, der Spasti? Wirklich, warum schießt du noch meine Reifen plötzlich? Oh, was soll das? Ey, das ist aber echt komisch gerade. Was ist das für ein Spass, oh ey? Das hast du gemacht. Ich hab... Wie soll ich... Hab ich überhaupt nicht. Meine Reifen sind auch platt, mein Lieber. So, jetzt fahr' wir nicht zu viel dran jetzt. Nein. Weg, 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 weg. Gelehnt. Oder sie. Ja, ey, Mann. Du sagst mir, du hast den Tod, bitte. Ich hätte sprengen können. So eine Scheiße, Mann, ey. Schon wie dieser Rockstar-Typ. Ich hasse sowas. Ich hasse das wirklich. Ah, ich bin ein ganz fürchterlicher Verlierer. Ein ganz fürchterlicher Verlierer. Ich hab mein Mikro gerade hier ein bisschen weggehauen. Ich glaube, es funktioniert noch alles. Test, test, test. Wow. Ech. Scheiße. Nein. So. Ach, hör'n. Ja, was denn? Schieß doch nicht auf mich hier, Spasti. Oh. Rache-Kill. Sehr gut. Mann. Weil ich krank bin, kann ich immer nicht so beleidigen. Dann muss ich mal husten. Ja, ich schnapp dir mal lieber den Bus jetzt. Du musst erst mal die Leute da töten. Das sind nämlich böse Menschen. Wieso steigt der ein? Einzusteigen ist nicht mit das Klugst. So, und du holst. Ja, okay, alles klar. Doch, du kannst ja aus dem Bus rausschießen. Ich fahr' mit dem Bus hinter euch. Ey, wir machen eine Karawane, Karawane, Karawane. Neuer Bus gespawnt, steig aus, wir nehmen noch einen. Nee, warte, ich könnte es schaffen, ich könnte es schaffen, ich könnte es schaffen. Okay. Er hat keine Skills mehr, er hat keine Skills, alles gut. Ja, steht auf der Dings-Tor. So. Ja, ich hab' aus dem Bus als Fahrer eingekillt. Sauber. Sehr schön. Ich hoffe, der Typ hinter mir folgt mir jetzt, ne, da holt sich selbst'n Bus. Was natürlich nicht blöd ist vom gegnerischen Team, ist auch einfach beim, 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 Tee, beim, beim, ne, Platz zu warten des jeweils gegnerischen Teams und dann einfach dort einmal. Ja, ja, aber es ist gefährlich, weil halt, wenn du ein Bus hast, ein bisschen Geschwindigkeit, rollt dann einfach du, ich bist ins Ziel, weißt du. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus bei uns, ne? Ne, ich bringe jetzt hier auch noch einen. Also, wir haben ja einen schon, die haben auch schon einen. Ne, gar nicht, wir haben noch keinen. Wir haben noch keinen. Aber wir haben zwei, sind wir auf dem Weg, oder? Oder wie sieht das Zeichen da? Kannst du da rauf fahren? Oder soll ich die Busse wegfahren? Äh, ich probier's einfach mal dahin zu stellen. Noch geht's nicht. Oh, doch, jetzt hat's funktioniert. Okay, sauber. Alles klar, doch, wir brauchen nur noch zwei, brauchen nur noch zwei. Wow. Okay, ich fahr mit, ich fahr mit dir. Go, go, go. Komm, ich zieh die Garage auf. Komm, die geh mal in die dunkle Garage. So, komm, die letzten. Go, 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 go. Mach die mal klein, damit wir die Windschatten und so ein bisschen schnittiger sind. Kann ich nicht. Wie kannst du nicht? Ich bin halt so groß. Ich kann mich noch nicht bewegen mit, hab ich geguckt mit vorne und hinten, geht nicht. So, da wurde auf jeden Fall gerade ein Bus gekäfft. Rechts, 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 jetzt. Ja, alles gut. Ja. Juhu. Oh, ein Heli, kommt denn der Heli her? Ich weiß auch nicht. Das war ein Freund. Oh, wollen wir jetzt noch einen Bus mitnehmen? Ja, noch einen Bus, noch einen Bus, noch einen Bus, noch einen Bus. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Gib ihm, gib ihm doch. Ja, ich check aus. Wow, zwei Gegner. Einen hätte ich bekommen. Wir sind einfach schlecht, ey. Das ist unser Problem. Ach, Mann, das ist echt. Das ist echt blöd mit dem Schlechtsein. Das ist nervig, ne? Ja. Oh, ja. Wow. Wo schießen die Spassen denn? Oh, nein, außen Heli schießt irgendwie so jemand. Ja, ist das ein gegnerischer? Ja, anscheinend. Vor allem, wer knallt denn die ganzen Busmenschen ab? Oh, ja, oh, oh. Ich war jetzt hier weg mit dem Auto. Okay, willst du dir noch einen Bus schnappen? Ja. Dann mach das mal. Ich geb dir lieber Backup. Ich muss mich zu viel riskieren jetzt. Der Bus steht hier einfach so. Oh, ja, ja, ich bin da im Bus. Wer schießt denn jetzt hier schon? Ey, von wo? Das kannst du mir nicht erzählen. Ohne Quatsch. Nein, sie schießen auf mich, sie schießen auf mich, sie schießen auf mich, sie schießen auf mich. Ah, lass den Bus doch fahren. Was hat er euch getan? Okay, ich hab einen Bus, ich hab einen Bus, ich hab einen Bus, ich hab einen Bus. Holy shit. Ich versuch mir jetzt mal irgendwie das Motorrad wieder zu schnappen. Ah! Hilf mir, rettet mich. Ja, ja, ja. Ich bin dabei, ich bin dabei. Los. Ich bin jetzt auf der Hauptstraße. Auf der Hauptstraße. Ah! Ey, das ist der Reifen hier. Oh, fuck. Ich komme. Ich bin gleich da. Wenn jemand Bonzo... Oh, nein, das ist ein Gegner, glaube ich. Holy shit. Das war ein Gegner. Irgendwie war das jetzt alles gar nicht so gut, dass ich es kommt hat. Das war ein Gegner, ich muss auf ihn schießen. Bring ihn einfach zurück, du schaffst das schon. Nein, ich schieße doch mal auf den scheiß Gegner. Er hat mich gekillt. Aber du hast ihn auch fertig gemacht. Gleichzeitig. Nein! Dann kann ich vielleicht den Bus bekommen oder expliziere jetzt. Das ist in dieser provokanten Rolle, sorry. Aber diese Rolle regt mich richtig auf. Diese Rolle. Wenn er wenigstens mich einfach nur töten würde, aber er rollt sich immer noch so zur Seite. Weißt du, wie so ein Traumtänzer, ey. Ist der Bus jetzt von selbst kaputt gegangen? Ich hoffe es. Wieso? Meiner, meine ich. Ne, da steht er noch. Dann darfst du ihn einsammeln. Er lebt noch. Ja, es kann ja sein, dass er explizit war. Vorhin ist einer... Da vorne steht der scheiß Gegner. Ja, komm schon. Ja! Bam! Gekillt habe ich den Spasti. Hoho! So, jetzt aber einsteigen hier. In den Boss. Ich bin fast da, aber keine Ahnung, der spawnt hier wieder neu, der andere. Nicht, dass er mich jetzt doch noch bekommt. Oh, da kommen zwei Busse zu uns. Zwei Busse sind jetzt auf dem Weg zu uns. Ihr werdet einfach nur noch weg. Du weißt, es sind so ein paar Busse. Wir haben alle. Wir haben alle Busse. Ich habe auch einen. Ich habe auch einen. Er ist da. Meiner soll zählen. Meiner hat gezählt. Meiner hat gezählt. Meiner hat gezählt. Wir haben gewonnen. Jawohl! Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Ja, die sind noch nicht eingeparkt. Steigt ein. Los, Darninator hier. Fahr einfach hin. War schon. Was ist denn? Was zählt die denn jetzt noch nicht? Der hat ihn gekillt. Der hat ihn gekillt. Der hat ihn gekillt. Ohne Spaß. Der hat ihn gekillt. Okay. Aber ich kill ihn jetzt. Hä? Agent Positiv. Der klaut den Bus. Hä? Wieso sind wir von unserem Team oder nicht? Nee. Nein, ist er nicht. Stimmt. Ja, dann hau ihn weg. Ich habe eine Haftbombe rangemacht. Ja, dann spring. Ja, aber wir müssen doch unseren. Wir müssen eigentlich auch einen Bus reinbringen. Okay, ich spring es jetzt. Okay? Okay. Yolo. Der Bus ist weg. Sauber. Ja, jetzt müssen wir aber trotzdem. Ein Bus fährt sie doch noch, oder nicht? Ja, ja, ja. Dann lass den doch einfach holen jetzt. Da fährt doch jetzt ihr auf mich zu, oder nicht? Ist er jetzt weg? Ja, es haben wir gewonnen. Ja, er wurde jetzt erstmal abgesammelt. Ja. Ja. Gewonnen. Es war eine harte Sache. Wir haben auch nicht so viel Geld. Ein bisschen haben wir Geld dafür bekommen. Und ein bisschen Level. Es war eine richtig harte Aufnahme. Weit über eine Stunde. Aber wir haben es schlussendlich geschafft. Das Garface, das ist mit deinem Gesicht los. Investiere das Geld mal in ein paar gute Schönheitsoperationen. Was ist denn das für viel ausgewichtigt? Ich habe alles gegeben. Oh ja. Ja, okay, das bemerken wir jetzt erst. Aber das hat man glaube ich nicht so gemerkt. Aber es war trotzdem cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ja, dann drückt doch den Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, schaut bei Herrn Bergmann vorbei. Link zu ihm ist in der Beschreibung. Er ist auch aufgenommen und macht viele andere coole Sachen. Und das war's. Bis morgen GTA. Also um 16 Uhr wieder bei mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ryan. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.